übersehen holy shadow der gta 6 trailer wurde released diese nacht oder gestern schon viel zu früh das sollte eigentlich glaube ich erst heute 14 oder 15 uhr erscheinen und ja er ist da und natürlich kam ich nicht drum herum ich habe ihn schon angeschaut schon mehrfach und wollte ihn jetzt einfach noch mal hier im stream mit euch gemeinsam genießen und vielleicht noch mal so ein bisschen deeper reingehen und analysieren was es alles so zu sehen gibt und ja freunde ich würde sagen damit fangen wir auch direkt an denn wir wollen ja heute auch noch rein in die season of discovery und ready werden für die todesminen wir sind da jetzt gerade level 17 und genau das ist heute plan also wir ziehen uns einmal diesen trailer rein ein bisschen genauer hin und dann geht es weiter mit world of warcraft season of discovery so und dann würde ich sagen starten wir doch direkt mit dem trailer ich lasse ihn jetzt hier gleich einmal komplett durchlaufen und sage nichts und dann gucken wir uns das ding noch mal ein bisschen genauer an so die details die es im trailer zu sehen gibt er geht eine minute und 30 sekunden kurz und knackig und ja das ist heute der plan und holy shit ich bin ein bisschen halb schon auf gta ich liebe gta ich habe alle gta teile gespielt alle zum release das ist kindheit das ist alles das begleitet mich quasi gaming technisch schon mein ganzes leben und rockstar games ist immer dafür bekannt abzuliefern zu 98 prozent wir wollen mal jetzt nicht über dieses remastered von gta 3 vice city und san andreas sprechen das vergessen wir einfach und lassen das mal hier so hinten liegen als wäre es niemals passiert wenn man das ausschließt alles was gta bisher released hat war immer mega und hat eigentlich stets die gaming branche von der qualität der spiele weit nach vorne getrieben und wenn man ehrlich ist war rockstar games immer zwei köpfe hat was die qualität ihrer spiele angeht gegenüber all dem was so auf dem markt ist und ich bin mir ziemlich sicher dass gta 6 auch wieder einschlagen wird wie eine bombe und die qualität der spiele nach vorne treiben wird oder anders gesagt maßstäbe setzen wird für open world games oder sogenannte sandbox games ich glaube rockstar games ist in dem sinne der erfinder dieser sandbox games also ein spiel in dem man quasi eine riesige welt hat und alles mögliche darin machen kann und ja freunde dann würde ich sagen ich halte kurz zu backen und wir starten einmal mit dem trailer rein und ihr könnt einfach genießen und ich auch und ich schaue den jetzt glaube ich zum fünften mal ich bin mir nicht ganz sicher aber ist ja auch egal je öfter desto mehr fällt einem vielleicht auch auf und ich muss sagen je öfter ich den trailer jetzt schon gesehen habe desto mehr gefällt er mir auch am ende ok da ist das ding grand theft auto 6 trailer 1 abfahrt 1 abfahrt Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist das Ding, holy shit, das geht so schnell, holy moly, oh mein Gott, das geht einfach so schnell, 1 Minute 30 ist ja gar nix, Junge, okay, also was mir direkt nicht gefällt, ist das hier, coming 20, 25, aber es war schon fast klar, holy shit, okay, also, crazy, keine Ahnung, also, ich war total überrascht, als ich heute Morgen aufgewacht bin und gehört habe, dass das Ding einfach über Nacht rausgekommen ist, ich weiß nicht genau, wann der gestern erschienen ist, wie gesagt, der sollte eigentlich heute gegen 14, 15 Uhr kommen, aber, warum auch immer der jetzt früher gekommen ist, Ich weiß es nicht, vielleicht, um mehr Hype zu erzeugen, als gedacht oder einfach so dieses Surprise Ding, also wirklich, also, keine Ahnung, ich finde direkt, wenn man den jetzt einmal sich so komplett anguckt, mit Kopfhörern ist nochmal ein ganz anderes Feeling, Ich habe den bisher nur am Handy geschaut und auch nicht auf einem großen Monitor, halt am Handy und, keine Ahnung, also, ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Hype bin ich, sage ich euch so, wie es ist und ja, wenn man sich halt mal so ein paar Details anguckt, Was ich jetzt gerne einmal mit euch machen will, insane, also, erst mal, diese Kulisse hier sieht ja ultra geil aus, mega, man sieht direkt diese befüllten Autobahnen, mega geile Lichtverhältnisse, Es ist wahrscheinlich gerade früh am Morgen, die Sonne geht auf, Vögel fliegen durch die Luft, hier fliegt ein Flugzeug, hier hinten sieht man, äh, Gefängnis, hier hinten sieht man die Skyline der City, Es wird wohl, so wie ich das gelesen habe, wird es wohl drei Hauptstädte geben, also drei große Städte, viel Umland, viel kleine Städte noch dazu, Also, es sieht einfach so schön aus, ich habe keine Ahnung, also, ich bin mir jetzt nicht sicher am Ende, ob das jetzt alles wirklich in-game ist oder ob das hochgerendert ist, cinematic mäßig und so weiter und so fort, aber bisher war es eigentlich immer so, wenn Rockstar Trailer rausgehauen hat, hat es auch der in-game Grafik sehr, 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 sehr krass geähnelt, Es ist ja nun mal oft so, dass wenn Trailer rauskommen, sie von ihrer Optik her hochskaliert sind und nicht dem Endprodukt entsprechen, Aber ich glaube, wir können, äh, fast davon ausgehen, dass das, was wir im Trailer sehen, so wie es aussieht, tatsächlich dann auch im in-game aussehen wird, Das Spiel erscheint wohl auch erstmal nur für Konsole, ist ein F für mich, weil ich habe keine Konsole mehr, keine Playstation, keine Xbox, Aber höchstwahrscheinlich, ich werde nicht warten, bis das Ding für den PC rauskommt, weil das wird ein Jahr später geschehen und das tue ich mir nicht an, darauf zu warten Und da werde ich mir sicherlich, äh, ja, würde ich für kein anderes Spiel machen, aber für dieses Game werde ich mir höchstwahrscheinlich eine Konsole zulegen, damit ich das von Anfang an zocken und genießen kann, weil darauf kann ich nicht warten, also da warte ich nicht bis 2026 oder noch länger, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, Ja, hier sieht man jetzt nochmal von der Nähe dieses Gefängnisses, hier oben fliegen die Vögel, Das ist auch ganz neu in GTA, wir werden sowohl einen Hauptcharakter männlich haben, Und ganz neu ist, wir werden eine Frau spielen können, oder beziehungsweise eine Frau ist ein Hauptcharakter in GTA, gab es zuvor noch nie, es waren immer nur Männer, Finde ich cool, ist modern, ist eine Neuerung, finde ich nice, und Lucia scheint hier irgendwie im Knast zu stecken Und auch dieser Lichteinfall sieht echt nice aus Allein diese ganzen Details, also das ist so crazy, oftmals hat man so Spiele, da wirken Spielwelten nicht so, wie soll ich sagen, Man sieht halt, dass es Spiele sind, aber in dem Trailer hatte man, finde ich, wenn man den von vorn bis hinten einmal guckt, Man hat wirklich das Gefühl, das ist eine lebendige Welt, und die ist stimmig, und man kauft das dem Game einfach ab Auch dieses Wasser, holy shit, es sieht so gut aus, crazy, ey, und dieser Strand, es sieht einfach Unglaublich gut aus, also, ich weiß es nicht, mir fällt dazu nichts anderes ein, es sieht einfach unglaublich gut aus Und diese City, holy shit, man, und man kann überall hingehen, höchstwahrscheinlich, und Ich habe mich direkt gefragt, oder sagen wir mal anders, früher war immer so, wenn man GTA gespielt hat, hatte ich immer diesen Trieb, Ich wollte immer in alle Gebäude reingehen können Ich frage mich, ob das in GTA 6 möglich sein wird Es kommt gleich noch eine Szene, da sieht man ein geiles Detail Gab's so, glaube ich, vereinzelt auch in San Andreas, aber nicht oft Nur an Gebäuden, wo man tatsächlich mal reingehen konnte, oder reingehen musste Um, ich glaube, ich meine, das war mal ein Gebäude, da musste man die Fernsehgeräte rausstehlen Und da konnte man auch eine Sache machen, die man gleich sehen wird Aber es sieht einfach ultra geil aus, man Also wirklich richtig schön, und es sieht einfach so glaubhaft aus Wie alles ineinander verarbeitet ist, sag ich jetzt mal Insane Und auch dieser Vibe so Hier, das ist dann wo Outlands, ne Richtig cool, vielleicht kann man hier auf Entenjagd gehen oder so eine Scheiße, keine Ahnung In Red Dead Redemption geht das ja Und vor allem, was ich mega finde bei Rockstar ist Die Tiere Die Tiere sehen immer unglaublich gut und echt aus Auch von ihren Animationen, wie sie sich bewegen Hier sieht man jetzt schon mal ein paar Krokodile oder Alligatoren Flamingos müssen das sein Es ist noch früh am Morgen, ja Könnte mich irren, aber ich meine, das sind Flamingos Sind das Flamingos? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher Doch, ich glaube, es sind Flamingos Und was richtig krass ist, Chat Das fand ich am allerkrassesten im ganzen Trailer Die Körper der Menschen Sehen alle unterschiedlich aus Ist jetzt vielleicht ein Detail Worüber das Internet wieder Aber ist mir jetzt egal Schaut euch mal bitte wirklich Die Oberweite der Damen an Sie sind alle unterschiedlich Und auch der Bauch und Booty Also der Arschbereich, die Hüfte Überall anders Hier hinten sieht man zwei muskulöse So ein Dude hier, schaut auf seine Uhr Mit seiner Sonnenbrille Walkt hier am Strand mit seinem kleinen Hund entlang Hier hat man die Dame durchtrainiert Auch am Walken Und jetzt schaut euch mal die Dame zum Beispiel an Breite Hüfte Üppige Oberweite Daneben die Dame, schlank Kleine Oberweite Kleine Hüfte Hier wieder komplett anders Hier wieder anders Es ist insane Und einen wunderschönen guten Morgen Frechtag Herzlich Willkommen Stream Wir machen gerade eine kleine Grand Theft Auto 6 Trailer Analyse Also Das fand ich richtig krass Hier rechts sieht man zum Beispiel diesen Dude Wie er mit seinem Smartphone den Arsch seiner Freundin scheinbar filmt Wir schauen uns den GTA 6 Trailer an Digger Der ist die Nacht einfach gedroppt Der sollte eigentlich heute 15, 16 Uhr rauskommen Und er ist einfach da Er kam gestern Nacht Wurde er released Insane Ja das ist er Soll ich ihn doch mal von Ich kann nicht nochmal Wir spielen gleich nochmal von vorne Ich geh gerade Ich hab schon einmal durchgedingst Wir gehen gerade ein bisschen in die Details rein Also das fand ich absolut insane Dass die Körper der Menschen Komplett unterschiedlich aussehen Auch die Haare Niemand in diesem Bild Sieht aus wie der andere Frage ich mich Wird jeder NPC im Spiel einzigartig sein Sodass es niemals Doppelte gibt Ich kann es mir nicht vorstellen Weil der Aufwand wäre ja riesengroß Irgendwo wird es sich mit Sicherheit wiederholen Aber ich bin mir sicher Dass die Vielfalt an NPCs wie sie aussehen Riesig ist Sodass einem wirklich wahrscheinlich das Gefühl gegeben wird Jeder NPC ist einzigartig Also wirklich krass Wenn du dir diese drei Damen hier anschaust Sie sehen alle komplett unterschiedlich aus Die Haare komplett unterschiedlich Die Gesichter komplett unterschiedlich Die Oberweite Groß, klein, mittel Die Hüften komplett unterschiedlich Der Dude komplett durchtrainiert Die Dame scheinbar durchtrainiert Hier der kleine Hund Also hier eine tätowierte Was weiß ich Hier Rückentattoo Sieht man auch Die hat scheinbar so ein Schmetterling und so Das finde ich absolut insane Dann hier wieder Also das Wasser sieht wunderschön aus Mega Und diese Vibes hier Holy shit man Nachtleben Let's go Hier die Beleuchtung Fenster leuchten Fenster dunkel Also es wirkt einfach super echt Und holy shit man Das finde ich auch richtig geil Also so wie das jetzt hier aussieht Wird es mit Sicherheit Tuning in seiner Perfektion geben Holy shit Digga Lowriders und was weiß ich nicht Und das geilste ist so diese Stimmigkeit Also Ich will mich nicht zu krass hypen Aber es ist GTA Und ich glaube da kann man hyped sein Ich liebe GTA Ich habe jeden gezockt Und ich glaube da darf man mal wieder richtig hyped sein Und der Trailer hyped mich Und je mehr ich den gucke Desto mehr hypt mich das irgendwie Das sieht so geil aus man Hier Motorräder sind wieder am Start Wahrscheinlich hier Das sieht aus wie so eine Shopper oder sowas Hier so ein Oldschool Lowrider Hier mit so riesen Holy shit ey Naja PC Version wird wahrscheinlich erst wieder später kommen Ja es wird released für die Xbox und die Playstation 5 Und der PC wird wahrscheinlich wieder ein Jahr später kommen Also ich habe schon eben gesagt Ich werde nicht auf die PC Version warten Das wird einer der Gründe sein warum ich mir eine Konsole kaufe Ich kaufe mir eine Konsole nur für dieses Spiel Aber es ist mir egal ich will dieses Spiel ab Tag 1 zocken Ich kann da nicht warten Geht nicht Geht schon aber will ich nicht Hier haben wir ein bisschen Party Hier sieht man die Dollarscheine rumfliegen Stripperin Insane Die Fülle Also holy shit Ah das war auch richtig krass Diese Szene hier Das ist wieder so richtig typisch Rockstar Games Die Ketten wie gut die aussehen Und dass die wirklich aufliegen Auf den Schultern oder auf dem Nacken Und nicht irgendwie da so reinglitschen Die Gesichtsanimation Schöne Goldzähnchen hier am Start Dieses Nachtleben Wie gut das aussieht Die Beleuchtung Diese ganzen Laternen hier Mit den Schatten und den Lichtern Und die Autolichter Wow Also übel Skylon hier Die Skyline der City Und dann können wir wahrscheinlich noch viel weiter da hinten lang Die Spielwelt wird ja glaube ich größer als die von Grand Theft Auto 5 Und die war ja schon echt groß Also das sieht echt wunderschön aus Hier oben die Flugzeuge, Helikopter, ganz viele Boote Scheint auf jeden Fall so ein bisschen hier so ein Nobelviertel zu sein würde ich fast sagen Dann hier das Nachtleben Also das gibt einem so richtig GTA Vice City Vibes Hier sehen wir ja hier so ein geilen Es scheint ein Ferrari zu sein Und vor allem wenn man jetzt auch mal einfach guckt Hier sitzt so ein Ich nenne es jetzt mal Penner Also ein Obdachloser scheinbar Der nach Geld battelt Hier die drei netten Damen die da entlang walken Hier links sieht man so Dudes im Anzug Alles schickimicki Und jetzt das ist das was ich meine Schaut mal in die Fenster Schaut mal in die Fenster hinein Man sieht hier das Innenleben der Gebäude Und da frage ich mich Wird das wirklich an jedem Gebäude Bei jedem Fenster sein Dass man in die Wohnungen richtig reingucken kann Ich meine in GTA 5 gab es das in der Fülle mit Sicherheit auch nicht Hier sieht man halt einen Fernseher Hier die Lampe Und hier oben sieht man auch das Licht im Gebäude Und was auch sehr geil ist hier das Auto Das Interieur Man erkennt es richtig ne Türklinke und so weiter Und hier in die Lüfter und sowas Also holy shit wie detailliert das einfach aussieht Und vor allem wie gut Der Dude der steigt jetzt hier aus der Karre aus Zerkratzt sich hier noch halb die Tür beim Aussteigen Weil die Karre einfach ultra tief ist Hier Er hat fast einen Bordstein gekratzt Junge Er macht hier mit seinem Handy irgendwelche Fotos und Videos Also es wirkt so lebendig man Meine Fresse Hier wieder Party am Start DJs überall Fülle und Fülle Nachtleben Dann hier diese wunderschöne Brücke Es sieht so geil aus man Dieses Meer oder ich weiß gar nicht Ich bin mir jetzt nicht sicher welche Städte das sind Weiß ich gerade nicht genau Also was hier nachgebildet wird quasi Aber meine Fresse Ich sehe mich hier schon jumpen Man sieht ja hier so eine Brücke Die nicht mehr benutzt wird Und hier wird schon angedeutet scheinbar Ihr kennt das ja aus GTA Da gibt es ja immer diese Hotspots Wo man springen kann und diese Stunts macht Ich sehe mich hier schon mit dem Moppet lang rasen Von der Straße auf den Asphalt Ich höre es in meinen Ohren Und dann Und über die Brücke Und dann hier Und wieder rauf auf die Street Baby Holy shit ey Also es sieht so geil aus Hier sieht man so einen fetten Frachter Hier sieht man irgendwelche Schnellboote Hier sieht man Wasserflugzeug Hier unten denke ich mal Das könnte Das sind Jet Skis hier Also wie gut das Wasser aussieht ey Es ist ein Trailer Wie am Ende die Spielgrafik genau aussieht Schwierig zu sagen Aber wie gesagt Bei Rockstar Games waren Trailer Und Ingame Eigentlich immer sehr sehr nah Beieinander Und ohne Witz Ich finde die Körper der Menschen Sehen so gut aus Und es tut mir leid Wenn ich das so sagen muss Aber man sieht es vor allem Halt auch an der Oberweite Es ist so Und an den Bauchmuskeln Es ist wirklich krass Auch wie dieser Bikini Sich an den Körper schmiedet Mit diesen Stricken Also wisst ihr Dass das hier so einen Knick macht Es sieht halt wirklich aus Als würde der Bikini Richtig am Körper liegen Ja geile Bräune Das ist jetzt mal dahingestellt Ob die geil sind oder nicht Aber Ich finde es einfach Wahnsinn Wie gut die Körper der Personen aussehen Und sich bewegen Also Versteht ihr was ich meine Es sieht einfach so Ich will nicht sagen echt Aber es sieht Sehr real aus Also es geht Sehr ins Reelle Es sieht nicht so plastisch aus Als würde das so eine Textur drauf kleben Es sieht wirklich so aus Als würde die Textur Mit dem Body Interagieren Da müsste sich das mal In Zeitlupe reinziehen Die Szene Das geht doch irgendwie Wiedergabegeschwindigkeit 0,25 Vielleicht mal ohne Ton Mir der nicht so zerkratzt Genau Gib uns mal hier die Haare Look it Schaut euch mal die Haare an What the fuck is this Okay genießt nochmal Schaut euch die Haare an Wie die Haare sich bewegen Und der Körper Ich finde das sieht Guck doch mal Das sieht insane gut aus Baby Krass oder Das ist insane Mann Das sieht so gut aus Hier der verrückte Opi Da hinten Vor allem Seht ihr das Er hat richtig Sonnenbrand Auf seinem Old Buddy Junge Und irgendwelche Flecken Auf der Hose Keine Ahnung Was die da für eine wilde Party Treiben Und hier sieht man halt auch Was Neues Ich würde mal stark Also ihr seht ja hier Das ist eine Oberfläche Von einem Handyfilm Also von irgendeiner App Sagen wir mal Instagram zum Beispiel Und ich bin mir sicher Das ist Oder ich würde vermuten Es gibt bestimmt In-Game So wie das ja schon Ein bisschen in GTA 5 war Da hatte man ja auch Sein Smartphone Und so mit den Apps Und ich glaube Dass die das erweitert haben Dieses ganze System Und Imagine Chat Im Spiel Gibt es eine richtige Social Media Plattform Wie Instagram Wo Leute ihre Accounts Erstellen mit ihren Spiel Chars Im Online Modus Und dann ihre Videos Und Fotos Vom Spiel hochladen Und die Leute Können das dann auch Liken, kommentieren Wie im echten Leben quasi So glaube ich Wird das kommen So glaube ich Wird das kommen Im Spiel Bin ich mir ziemlich sicher Das wird mit Sicherheit kommen Dass man im Game Dann eine richtige Social Media Plattform hat Und da Videos Clips und so Teilen kann Von seinen Erlebnissen Die man hat im Spiel Bin ich mir ziemlich sicher Und da kann man vielleicht dann Wie man Man sieht das ja hier schon Man kann Follow Scheinbar klicken Like und kommentieren Und mit Sicherheit Kann man dann anderen Spielern Auch folgen Also Real Life Social Media In Game Bin ich mir ziemlich sicher Dass das kommen wird Und so An sich hat dieser Trailer Auch so diese typischen Rockstar Dieses Feeling So dieses Überspitzte So Jetzt siehst du hier So diesen Dude Der gefilmt wurde Stay alert We see Remember to check For univited guests Before the pool party Und da sieht man hier Diesen Alligator Oder Krokodil In dem Pool Und der Dude Zerrt den da raus Und wie gut das einfach aussieht Diese Animation Wie dieser Stab Torn jagen gehen Aber alleine Diese Details Wenn der jetzt den Da raus zieht Dass der Stab Sich so richtig knickt Und wie das Wasser Sich bewegt Und der Der Körper Dieses Krokodils Insane Er sieht einfach so Gut aus Dann haben wir hier Die Dame Die jetzt so hier Auf dem Auto Twerkt Das sieht auch Wahnsinnig gut aus Also irgendwie Sieht alles übelst gut aus Es tut mir leid Ich bin hyped Das fuckt man Hier Die twerkt sich da Übelst einen ab Und guckt euch mal Den Arsch an Sorry wenn das jetzt Details sind Ich bin nicht sexist Durch gar nichts Und Ärsche sind Ärsche Und die twerkt sich Einen ab Und ihr versteht schon Ein Arsch ist ein Arsch Aber guckt dir mal Diesen Arsch an In Zeitlupe Wie der sich richtig bewegt Bam 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 Holy shit Es sieht einfach so gut aus Mann Oh yeah Dann hier so Scheinbar so ein Illegales Treffen Hier Auto-Tuning mäßig Und die driften sich Da übelst einen ab Mann Richtig cool Also wir können Wahrscheinlich Richtig gespannt sein Was es so für Events geben wird Also wahrscheinlich So Tuning Szene Keine Ahnung Ja 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 so richtig Wie wir das aus So wie wir uns das Vorstellen So Amerika Oder hier auch Wieder einfach Die Animation Wie dieses Tier Sich bewegt Sieht so gut aus Ist hier irgendwie So ein Irgendein Restaurant Wahrscheinlich Die Leute sind hier Gerade am Essen Hier haben wir Und hier ist eine Tankstelle dran Und die stehen hier Alle rum Und beobachten Das Krokodil Dann hat man hier So eine Bodycam Bin ja mal Gespannt Ob es auch direkt Wenn das Game Release wird Ego Sicht gibt Das ist ja GTA 5 mäßig Sehr spät gekommen Aber war auch Ziemlich cool Weil es das ganze Spielerlebnisgefühl Nochmal komplett Geändert hat Dann hier diesen Entschuldigung Wenn ich das jetzt So sage Aber diesen Fettsack Wie er da von Den Polizisten Gejagt wird Also das sind halt So diese typischen GTA Moments Ne So dieses Überspitzte Lustige Oder hier Der Dude Das ist Der Opa hier Wie er im Tanker Seinen Garten Garten Wässert Holy Shit Mann Und schön Hier Das ist so richtig Ostdeutsch Ja Sandaletten Und Strümpfe an Holy Shit Mann Der ist bestimmt Ausgewandert Sage ich Das ist ein Deutscher Das ist so ein Deutscher Ex-Soldat Der ausgewandert ist Nach Amerika Und da seine Letzten Tage genießt Oh Mann Ey Hier auch Das sieht so gut aus Mann Der ganze Schlamm Und das Wasser Darin Und Wie dreckig die sind Und holy shit Ey Und auch so diese Gesichter Und die Zunge Und Das hier fand ich Sehr krass Also das sieht schon Richtig echt aus Die Dame ist wahrscheinlich Komplett durchgedreht Hat ihr Von ihrem Lover Hat ihr die Karre zerschlagen Weil er fremd gegangen ist Ja Sieh mal an Wer wieder da ist Around Blablabla Look who is back Dann hier sieht man auch mal So ein bisschen Polizei Autos Ähm Ich bin mal Ich schätze mal Je nach Region Unterscheiden die sich auch optisch Weil man sieht tatsächlich Im Trailer auch Verschiedene Polizei Autos Hier ist irgendwas mit Mit einer Tablettenwerbung Oder so Angst Die Pan It curses Emotions Also es ist wirklich krass Wenn man sich hinsetzt Und sich den Trailer Richtig genau anguckt Wie viele Details Man daran sieht Ne Die sind so ein bisschen Dunkelgrün So ein bisschen Oldschool Das müsste ein Fort sein Wenn ich mich nicht täusche Und auch so das Interieur Also richtig geil Hier sieht man den männlichen Hauptcharakter Es gibt wie gesagt Frau und Mann Frau ist komplett neu Gab es noch nie Finde ich sehr nice Auf mich wirkt das Ganze So ein bisschen Wie so eine Bonnie Und Clyde Story Und moin Obvious Grüß dich Und auch hier Dieses Leder Meine Fresse Guckt euch mal das an Diese ganzen Details Überall Man sieht hier so richtig Das Leder ist hier so Kaputt Und alles Und auch die Geldscheine Die Geldscheine Sind nicht einfach nur Geldscheine Es ist nicht einfach nur Eine Textur Man sieht richtig Die Knitter da drin Und dass sie alle So durcheinander sind Das ist jetzt natürlich Alles Trailer Wie das dann im Spiel aussieht Wenn man da mal hier Irgendwie mit Geld Keine Ahnung Aber Das Rockstar Games Das ist schon immer so gewesen Die legen so viel Wert Auf Details It's crazy Wahnsinn Das bin ich Wenn ich das allererste Mal GTA starte Und Autofahrtjet Wurde ich leider erwischt Und von Rockstar Games Für den Trailer Ausgenutzt Was willst du machen Hier sieht man Ein anderes Polizei Auto Das ist vielleicht Wenn ich Fünf Sterne habe Keine Ahnung Sieht aus wie So ein Wie ein Muscle Car Oder so So ein Mustang Oder keine Ahnung Bin mir nicht sicher Auch hier Der Dude Der Dude hängt da so Sein Arm Aus dem Fenster Und glotzt so blöd Rüber Was hier los ist Und so Diese ganzen Wie nennt man das Die Dinger Die da immer stehen Also ich finde es cool Wie die aussehen Ob das Ingame Das ist halt die Frage Ob Ingame Dann auch wirklich Alles so gut aussieht Dass das Wasser So richtig hier Hinaus läuft Und so Holy shit man Also ich sag dir So wie es ist Wenn Für dieses Game Würde ich Auch mehr als 70 Euro bezahlen Darüber können wir Gleich mal reden Ich weiß schon Dass die Preise Für das Spiel Höher angepriesen werden Der Dude hat mich Irgendwie direkt An Little Peep erinnert Wahrscheinlich wegen Der ganzen Tattoos im Gesicht Auch dass die Regionen So komplett unterschiedlich Aussehen Finde ich insane Motorrad fahren Quad fahren Habe ich immer Übelst geliebt In GTA 5 Übelst gerne Mit dem Moped Durch die Natur Gerast und so Es hat immer Übelst Spaß gemacht Hier sieht man auch Nochmal andere Polizei Autos In Porsche Und hier wieder Einfach Die Körper Der Menschen Es sieht so Gut aus Er hat so Richtige Schwappeltitten So nen Hängebauch Hier vorne Also Jeder Körper Den ich bisher gesehen Hab in diesem Spiel In diesem Trailer Sieht komplett anders aus Und sieht richtig Echt Aus Glaubwürdig Sieht aus wie ich Dann wird es mal Zeit für ein bisschen Sport Mein Guder Sag ich Richtig nice Also am meisten Geflasht haben mich jetzt wirklich In den Trailern Die Körper der Menschen Jeder sieht komplett anders aus Und das ist das Was ich so meine Es erinnert mich so ein bisschen An Bonnie und Clyde Mann und Frau Brauchen wahrscheinlich Die haben irgendwie Scheiße am Stecken Sie war im Knast Hat man ja am Anfang gesehen Und brauchen jetzt wahrscheinlich Irgendwie das große Geld Überfallen jetzt hier Kleine Läden Und dann wird das Ding Immer größer und größer Und das Das ist jetzt Denke ich Wirklich Ingame Grafik Das sieht nicht aus Wie Wie hochgerendert Das sieht Das sieht jetzt irgendwie aus Was heißt irgendwie Das sieht tatsächlich Finde ich aus Wie Ingame Grafik Und das sieht richtig geil aus Hier sieht man so ein Gun Shop Porn and Gun Ich bin mir sicher Dass die auch jetzt So unterschiedlich aussehen werden Je nach Region Sieht hier wieder Irgendwelche Telefonnummern Die Karre sieht geil aus Die driften hier einmal Um die Kurve Auch wie dieser Ohrring Sich am Kopf bewegt Habt ihr das gesehen? Guckt mal auf den Ohrring Ich drehe das mal wieder Ein Stück runter Wie dieser Ohrring mitwackelt Verrückt Einfach verrückt Und hier Die Haare Auf seiner Brust Junge Seht ihr das? Man sieht richtig den Pflaumen Also das ist Nicht nur so eine So Striche auf dem Körper So eine Textur Es sind richtig Haare Wahnsinn Bam Junge Jetzt sieht man mal Knarren hier Was ist das? Eine Glock 18 I don't know Was ist das für eine Knarre Chat? Naja und jetzt Kommt halt das Was mir überhaupt nicht gefällt Coming 2025 Ich will das Ding jetzt zocken Sag ich Chat So jetzt gucken wir den uns Einmal noch von vorne an Damit ihr den auch mal Komplett nochmal gesehen habt Und ich halte Fresse Viel Spaß Abfahrt Das hört ihr nicht Achso warte Ach ihr hört die ganze Zeit Den Sound nicht Ich habe wieder einen falschen Browser drin Warte nochmal Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sage so wie es ist, je öfter ich diesen Trailer mir angucke, desto mehr hypt mich das. Und desto besser finde ich diesen Trailer. Als ich ihn das erste Mal geguckt habe, das war heute früh im Bett, da war ich fünf Minuten wach und hatte gerade so hier die Augen aufgemacht, habe ich mir den angeguckt und dachte, cool. Und jetzt bin ich so im Modus, jetzt gerade als ich ihn nochmal mit euch geguckt habe, so im zehnten Mal gefühlt. Ja, da ist das Ding, da ist das Ding, ich will zacken, Junge. So weißt du wie? So komplett übertrieben. Crazy shit, man. Also, ihr merkt, wenn man den einfach nur durchlaufen lässt, geht so vieles an einem flöten, aber wenn man ihn immer und immer wieder guckt und sich Szenen reinzieht... Nein, 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 und Olga! Mir ist gerade noch aufgefallen, der Dude, der da am Strand läuft mit seinen fetten Muggis, Mann, wie sehen seine Muggis sich bewegen? Wie gut das aussieht, das ist nicht normal, oder? Wir können da überall dann rumlaufen, Digger. Und die Mucke ist richtig hier, der Dude. Guckt den mal euch an, wie denen seine Muggies sich bewegen. Seht ihr das? Die Ditten hier. Peinige Scheiße, Junge. So, einmal noch und dann ist gut jetzt ja. Dann ist Zeit für Walden in the Warcraften. Aber er ist wirklich gut, ohne Witz, ey. Wahnsinn. Wow! So viel schöne Frauen! Let's go! Und natürlich auch Männer! Die mich schon hier stundenlang am Strand rumlaufen und klotzen. Hier, schöne Bierplauze. Wieso aber? Ist doch geil, Mann! Das sind halt... Was willst du? Ist doch... Ist doch kein Kritikpunkt. Also ich sehe hier ständig neue Karren. Ich glaube, das ist so viele Autos, wird es nie gegeben haben in einem GTA-Game. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist gerade mal der erste Trailer, ne? Also ich bin mir sicher, da kommen bestimmt noch welche. Wenn die... Wenn Rockstar Games hier selber hinschreibt, Trailer 1, kommen mit Sicherheit noch mehr Trailer. It's insane. It's absolutely insane, meine Freunde. Also ich bin hyped as fuck. Ich bin jetzt hyped as fuck. Freunde, das war GTA 6 Trailer. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das wird geil. So, Chat. Das war GTA Holy in the Moly. Wie hat er euch gefallen? Ohne, dass ihr euch jetzt von mir hypen lassen habt. Aber wie hat er euch gefallen von 1 bis 10? Also ich würde ihm Trailer ne 9 geben. Ne 9 von 10. Ne 9 von 10 würde ich dem auf jeden Fall geben. Also der war echt sehr, sehr geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bin hyped.